Der Dinkel ist am Ende ein Spelzweizen, das heißt, er ist auch mit dem weit verbreiteten Weizen verwandt. Der Unterschied ist, dass Dinkelkorn oder die Dinkelkerne in einem festen Spelz sitzen und diese dann erst nach dem Mähdruck, also nach der Ernte, in einem separaten Arbeitsgang müssen dort mit einer speziellen Schähemaschine die Körner aus dem Spelz geschält werden, sodass nach der Ernte noch ein Arbeitsgang nötig ist, bis die Dinkelkerne zur Mühle kommen und dort zu Mehl gemahlen werden können. Wir haben uns vor zwei Jahren in diese Technik investiert und können jetzt den Dinkel, den wir ernten, selbst so weit aufbereiten, dass wir ihn direkt an die Mühlen liefern können. Der Dinkel hat in den letzten zehn Jahren eine Renaissance erlebt, sodass die Nachfrage gestiegen ist an Dinkel. Das wird eine wieder wirtschaftlich interessante Kultur und deswegen haben wir es in den Anbau wieder aufgenommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017